Hallo, mein Name ist Markus Menching. Ich arbeite bei Schyko als Produktmanager und beschäftige mich mit dem Themenbereich Smart Building. Heute möchte ich Ihnen die energieautarke Verschlussüberwachung SenseTrack Wireless vorstellen, die per Funk den Öffnungszustand des Fensters ganz einfach abbilden kann. Wir bei Schyko haben hier eine innovative Lösung entwickelt, wodurch Gebäude smarter und intelligenter werden und gleichzeitig die Sicherheit des Gebäudes wesentlich erhöht wird. Der kabel- und batterielose SenseTrack Wireless fungiert als Riegelstück und zusätzlich wird der Verschlussstatus des Fensters überprüft und direkt an den Nutzer weitergegeben. Basierend auf dem bestehenden N-Ocean Funkstandard EEP können bestehende Smart Home Systeme wie SOMFI, Mediola, Loxone und viele weitere mehr mit dem SenseTrack Wireless verknüpft und auf der jeweiligen Benutzeroberfläche abgebildet werden. Sollten Sie einmal nicht zu Hause sein, können Sie ganz einfach unterwegs mit einem Blick auf Ihren Smartphone überprüfen, wie der aktuelle Verschlussstatus Ihrer Fenster zu Hause ist. Sollte jemand Unbefugtes versuchen, in Ihr Gebäude einzudringen und das Fenster zu öffnen, wird dies registriert und auch direkt an Sie weitergegeben. In puncto Energieeffizienz kann der SenseTrack Wireless Energie aber auch Kosten sparen. Der intelligente Funksensor kann mit weiteren N-Ocean-basierten Produkten gekoppelt werden und somit einen Mehrwert für Ihr Gebäude generieren. Beispielsweise mit einem N-Ocean-fähigen Heizthermostat können im Gebäude Komfort und Energieeffizienz erhöht werden. Dadurch wird Ihr Gebäude smarter und intelligenter. Wenn Sie bereits ein Schügel-Aluminiumfenster besitzen, können Sie ganz einfach den SenseTrack Wireless beim Avantek und Avantek Simply Smart Beschlag nachrüsten. Da wir mit Funk arbeiten, fällt die kabelgebundene Installation sowie die aufwendige, nachträgliche Profilbearbeitung am Fenster vollständig weg. Die Einbauposition ist im Blendrahmen frei wählbar und erfolgt ganz einfach verdeckt liegend in der Blendrahmen-Nut. Durch diesen verdeckt liegenden Einbau haben wir die Möglichkeit, den SenseTrack Wireless gegen Manipulationen von außen abzusichern. Somit haben wir eine integrierte, optisch ansprechende Lösung im geöffneten wie im geschlossenen Zustand des Fensters. Das wirklich einzigartige am SenseTrack Wireless ist die Energieautarkie des Bauteils. Durch die Drehbewegung am Fenstergriff wird der Beschlag fair und entriegelt und die Schließrolle in den SenseTrack Wireless geführt, wodurch Energy Harvesting Energie erzeugt wird und ein Funksignal direkt an den Empfänger abgegeben wird. Somit benötigen wir keine Batterie und ein nachträglicher Batterieaustausch ist nicht vonnöten. Durch die nicht vorhandene externe Energieversorgung haben wir eine ressourcenschonende, nachhaltige und wartungsfreie Lösung für Mensch und Umwelt entwickelt. Wollen Sie weitere Informationen? Dann sprechen Sie uns an, besuchen Sie unsere Website oder folgen Sie einfach dem Link in der Videobeschreibung. Bleiben Sie smart!